Hallo und herzlich willkommen zu Aktienews. Heute wieder ein Update zu Nikola, dem Wasserstoff-Elektro-Lkw-Hersteller. Morgen werden Zahlen gemeldet zum vierten Quartal 2023 bzw. die Bilanz fürs Gesamtjahr. Das wird richtig spannend werden und wird wegweisend für den Kurs sein. Geht es hier weiter hoch bzw. werden die 1 Dollar wieder in Angriff genommen oder schmiert der Kurs nochmal richtig ab? Das wird wir morgen sehen, wie die Zahlen sind, ob die Erwartungen der Analysten erfüllt werden oder ob es total daneben geht. Wir schauen uns das nachher nochmal an. Jetzt gehen wir erstmal auf den Kurs. Der Kurs der Nikola-Aktie liegt bei 0,69 US-Dollar Cent bzw. 0,69 US-Dollar oder 69 US-Dollar Cent. Der Chart ist so ein bisschen in Seitwärtsbewegung und bewegt sich hier um das mittlere Bollinger Band, um die 20-Tage-Linie darum. Und wie gesagt, morgen wird der Tag sein, an dem sich entscheidet, ob der Kurs nach oben oder nach unten ausbricht. Also ich denke, das wird morgen eine größere Kursbewegung geben. Natürlich keine Handlungsempfehlung von mir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so im Seitwärtstrend weitergeht, wie jetzt hier seit Anfang des Jahres. Sondern, dass wir hier schon irgendeine Reaktion zeigen werden auf den Quartalsbericht bzw. Jahresbilanz und vor allen Dingen auf die Aussicht, wie es denn weitergeht. Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache, würde ich sagen. Wir haben hier diese News, bzw. so ganz neu ist es nicht, aber es ist jetzt hier, sagen wir mal, von Anfang Februar bzw. Mitte Februar, Nicola lehnt die von Trevor Milton nominierten Direktoren für die Wahl in den Vorstand von Nicola ab. Das heißt, Trevor Milton, der ja verurteilt ist, strafrechtlich und muss für 48 Monate im Gefängnis verweilen, der hat quasi hier ein Gremium vorgeschlagen, Kandidaten vorgeschlagen für den Vorstand. Das sind fünf Kandidaten, die vorgeschlagen wurden von ihm. Die hier unten sind nochmal genannt, wie sie heißen. Ich kenne sie jetzt nicht, die Kandidaten, aber die wurden vorgeschlagen von ihm. Und der Verwaltungsrat von Nicola hat quasi diese Kandidaten abgelehnt. Der nennt sich die besorgte Aktionäre. Und zwar, die haben 4,5% der aufstehenden Aktien und haben gesagt, nein, wir wollen diese fünf Kandidaten nicht, sondern wir werden selber Kandidaten stellen, die dann gewählt werden können. Und zwar werden die morgen bei der Versammlung, bei der Jahreshauptversammlung, beziehungsweise bei den Bilanz sozusagen, die dann preisgegeben wird, da werden diese Kandidaten vorgestellt. Und diese Kandidaten verfügen über Erfahrung in strategischer Planung, Führung, Betrieb und Fertigung in der Elektrofahrzeugbranche. Also, wie gesagt, die wollen hier natürlich nicht diese Mitglieder aufnehmen, beziehungsweise den Vorstand, die hier von Trevor Milton vorgeschlagen worden sind, sehr gut nachvollziehbar natürlich, sondern es sollen andere Direktoren da rein, die erfahrener sind und die natürlich auch nicht vorbelastet sind von diesen betrügerischen Machenschaften von Trevor Milton, der ja sehr, sehr viel Negatives auf die Aktie, auf den Aktienkurs gebracht hat. Also, das wird auf jeden Fall auch nochmal Thema sein. Und da wird man natürlich sehen, ja, wenn hier die Zahlen ganz gut sind, hier vielleicht sich da auch irgendwo, ja, eine eindeutige, ja, eine eindeutige Wahl hier ergibt, für wen auch immer, für entweder die Vorstände von Trevor Milton, die vorgeschlagen worden sind, oder für die anderen, also ich denke mir mal, dass wahrscheinlich die meisten für die anderen Stimmen werden, die von den besorgten Aktionären aufgestellt werden, kann ich mir mal vorstellen. Und dann noch gute Zahlen dazu und eine gute Aussicht vielleicht, dann könnte hier vielleicht doch schon ein positiver Schub nach oben kommen. Aber das werden wir alles morgen sehen. Hier ist das Dokument, was bei der SEC eingereicht worden ist, bezüglich dieser Ablehnung der nominierten Direktoren. Und das ist quasi das offizielle Papier hier. Und wir schauen auf jeden Fall jetzt nochmal, was wird erwartet morgen, wenn die Zahlen, ja, preisgegeben werden. Wo kann die Reise hingehen? Ich habe hier eine Seite gefunden und zwar geht es darum, morgen wird ein Verlust erwartet von minus 0,132 US-Dollar und im Vorjahresquartal waren es minus 0,37. Das ist also, ja, fast das Dreifache quasi an Verlust, was letztes Jahr drin gestanden hat. Das heißt, der Verlust hat sich reduziert, was erstmal positiv zu werten ist, wenn er sich in diesem Bereich reduziert haben sollte. Zumindest sind das die Analystenerwartungen. Jetzt heißt es, ja, hat es noch mehr sich reduziert, der Verlust, oder ist der Verlust doch noch größer als hier angegeben? Das wird man dann morgen sehen. Das ist im Endeffekt jetzt hier ein Parameter, der hier ansteht. Der andere ist der Umsatz. Und zwar beim Umsatz sehen die meisten Analysten durchschnittlich 13,2 Millionen US-Dollar und im Vorjahresviertel waren es noch 6,6 Millionen. Das heißt, das hätte sich auch verdoppelt um 100%, also 100,46% hätte sich das verdoppelt, wenn das denn so kommen würde, wie die Analysten das so sehen. Und das wäre dann der zweite Parameter, wo man sagen muss, da muss man auch drauf achten. Und dann geht es natürlich um das Gesamtjahr, den durchschnittlichen Verlust der Aktie. Und zwar wird erwartet ein Verlust von 0, also minus 0,858 US-Dollar ein Verlust gegenüber dem letzten Jahr ein Verlust von minus 1,78 US-Dollar je Aktie. Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wo die Reise hingeht. Wir werden das morgen sehen, ob der Kurs positiv drauf reagiert, negativ reagiert. Ich denke mal, dass es morgen eine Reaktion geben wird in irgendeine Richtung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier seitwärts weitergeht, dass hier keine Reaktion kommt, auch hier auf diese Situation mit dem Gremium, mit dem Verwaltungsrat, die dann eigene Mitglieder aufstellen. Also ich glaube, irgendeine Reaktion wird vom Markt kommen. Ich hoffe natürlich, dass eine positive Reaktion kommt, dass es hier nach oben geht, dass wir zumindest die 1 Dollar wieder irgendwo in den Blick bekommen. Momentan ist es ja noch ein bisschen dahin. 66 oder 69 Cent ist jetzt nicht gerade so ganz berauschend. Und man kommt natürlich dann auch, wenn man unter 1 Dollar ist, über eine längere Zeit, wird es natürlich dann auch knapp. Da könnte natürlich auch wieder ein D-Listing anstehen. Das hoffen wir nicht, dass es so weit kommt, dass wir überhaupt in so eine Situation kommen. Und deshalb, wie gesagt, morgen können wir die Daumen drücken, dass die Zahlen gut werden und dass der Ausblick gut wird. Und dass das mit diesen Kandidaten, die aufgestellt werden, dass das auch sich positiv entwickelt. Und damit wir hier wieder ein bisschen Land gewinnen, hier bei der Nikola-Aktie. Gut, das war es jetzt von meiner Seite zur Nikola-Aktie. Würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts verpasst von Nikola, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.